Profi-Bemaßung Mit der Funktion Profi-Bemaßung können alle Arten von Objekten bemaßt werden. Die Profi-Bemaßung vereint verschiedene Bemaßungsarten in einer Funktion. Ich klicke auf die Funktion Bempro in der Gruppe Bemaßung. Ich wähle den Anfangspunkt und den Endpunkt der ersten Bemaßung aus. Das exakte Setzen des Bemaßungstextes wird durch ein unsichtbares Raster unterstützt. Für die Erstellung der weiteren Bemaßungen wähle ich die Option Kette. Entweder durch Eingabe des Buchstaben K oder durch Drücken der Pfeil nach unten Taste auf der Tastatur. Nach dem Setzen der letzten Bemaßung klicke ich auf die rechte Maustaste um die Maßkette zu beenden. Die Funktion bleibt aktiv und ich kann die nächste Maßkette erstellen. Auch hier unterstützt mich das unsichtbare Raster um die übergeordnete Maßkette zu erstellen. Mit der Option Basis springt das Fadenkreuz auf die nächsthöhere Ebene um beispielsweise das Hauptmaß zu erstellen. Die Option kann aber auch genutzt werden um reine Basisbemaßungen zu erstellen. Wird nach dem Starten der Funktion die rechte Maustaste gedrückt, können durchgehende Linien, Kreise oder Bogen mit einem Klick bemaßt werden. Hier zum Beispiel der Durchmesser. Dann gleich zum Beispiel der Durchmesserung. Und dann gleich zum Beispiel der Durchmesserung. Vielen Dank.